Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Ja, und wenn du jetzt überrascht bist, dass du keine Intro-Musik gehört hast, das ist heute tatsächlich volle Absicht, denn die Intro-Musik ist ja eher so ein bisschen leichter und soll Mut machen und heute mache ich mal wieder einen sehr ernsten Podcast und zwar auch in eigener Sache. Und ich habe mich entschlossen, dich an einem Teil meiner Geschichte teilhaben zu lassen und ja, es geht um Entscheidungen und damit du weißt, warum ich diesen Podcast mache und damit du auch weißt, wer ich so ein bisschen bin und wie ich lebe und wie ich Lösungen finde, muss ich dir dazu eine sehr intime Geschichte aus meinem Leben. Und ja, das werde ich jetzt einfach mal tun. Ich musste zurückgehen in das Jahr 2016 und es war, glaube ich, ein Sommertag, ich weiß das gar nicht mehr. Draußen war, glaube ich, ganz gutes Wetter, aber ich saß in meiner Wohnung. Und die Vorhänge vorgezogen und ja, ich saß im Dunkeln. Und dann bin ich aufgestanden von meinem Sofa und bin in mein Badezimmer gegangen. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, war, dass ich in ihr lag. Sie war hart, sie war klinisch weiß und sie war kalt. Das war meine Badewanne. Links von mir lag eine Packung Schlaftabletten. Die war mir verschrieben worden. Und eine von vor zwei Stunden gekaufte Rasierklinge. Und rechts von mir, ja, rechts von mir war eine Flasche Whisky. Schon so ein bisschen angetrunken. Nicht irgendeine Flasche Whisky, sondern Glenmorangie Whisky. Also der Gute aus Schottland. Mein Lieblings Whisky. Und da lag ich nun. Probe oder doch Premiere? Also die endgültige Premiere. Und ich stellte mir die Frage, warum liege ich hier? Ja, ich hatte in diesem Jahr mehrere tolle Nachrichten für mich und mein Leben bekommen. Bei mir war eine Depression diagnostiziert worden, die ich seit meiner Kindheit hatte. Und das hatte ich jetzt erfahren. Ich hatte schwarz auf weiß. Ich hatte schwarz auf weiß, warum mein Leben bisher grau war. Dass mein Leben so gut wie nie in Freude war. Dass ich an den einfachsten Dingen auch in meinem Leben gescheitert bin, weil ich einfach die Sachen nicht voller Freude angegangen bin. Und ich hatte Erfahrung, warum ich ganz häufig diese Welt negativ gesehen habe. Dazu, um noch einen draufzusetzen, war bei mir oder ist bei mir körperlich eine Thrombose. Erschienen quasi am Hals. Das heißt, wenn diese Thrombose, dieses Blutgerinnsel sich hätte aufgelöst oder sich aufgelöst hätte, plötzlich oder nicht aufgelöst, sondern weitergewandert wäre, wäre es in mein Gehirn gegangen. Und ich hätte einen Gehirnschlag bekommen, war also jetzt Bluter, weil man mir Tabletten gegeben hat, um das Blut zu verdünnen. Und wenn man Bluter ist, kann man so gewisse Dinge einfach nicht mehr richtig machen. Also ich durfte, musste sehr aufpassen, ob ich mich schneide und so weiter. Ich hatte so einen Bluterausweis immer dabei. Und ja, ich hatte seit ein paar Wochen wirklich schlimme Zahnschmerzen. Und mein Zahnarzt hat gesagt, ja, mein Freund, wir müssen den Zahn ziehen. Und das als Bluter. Das wiederum bedeutet, er hatte mir erklärt, wenn wir dir die Zähne ziehen, wird im Nebenzimmer ein Reanimationsthema warten. Das war ein netter Gedanke, wenn man sich auf so einen Stuhl setzt, dass im Nachbarzimmer die Menschen darauf einfach warten, dass man abkratzt. Ja, und ich fragte mich, wie war es so weit gekommen in meinem Leben? Und die Antwort war klar. Ich habe es immer allen recht gemacht. Und ich habe wichtige Entscheidungen in meinem Leben dadurch immer aufgeschoben. Ich habe sie einfach nicht getroffen. Und jetzt stand ich wieder vor einer Entscheidung, die ich nicht aufschieben konnte. Denn das Innere in mir sagte, du bist nicht lebenswert. Das Innere in mir sagte, mach Platz auf diesem Planeten für jemanden, der die Welt vielleicht noch mehr zum Erleuchten bringt und der anderen Menschen vielleicht mehr Glück geben kann als du. Und ich wusste, wie gut ich war. Ich hatte ja ganz viele Rezensionen und die Menschen haben mir immer gesagt, dass ich ein richtig guter Coach bin. Das Problem, was war, es waren einfach keine Weiterempfehlungen gekommen. Du kannst dir vorstellen, das hat was mit mir gemacht. Auf jeden Fall waren die Gründe oder wogen die Gründe, warum ich jetzt einfach mal einen großen Schluck wieder aus der Whiskypulle nehmen sollte mit einer Handvoll Schlaftabletten, die waren schon sehr schwerwiegend. Und bis zu dem Moment, in denen ein Geistesblitz kam, der sagte, ich will leben. Ich will verdammt nochmal leben. Und nein, ich habe das Recht, wie jeder andere auch glücklich zu sein. Und nein, ich habe das Recht, wie jeder andere auch erfolgreich zu sein, so wie ich das definiere, und glücklich. Und ich habe das Recht, voller Liebe zu sein. Doch um aus dieser Wanne wieder rauszusteigen, um wirklich mir zu sagen, mich im Spiegel anzugucken und zu sagen, ich will leben, mir in die Augen zu schauen, dazu brauchte es wirklich damals allen Mut, den ich hatte. Ja, wie sieht es heute aus? Heute mache ich seit 2016 Podcast über 430 Folgen. Ich bin selbstständig. Ich bin als Coach durch die Wirtschaftskrise gegangen. Ich habe das überlebt. Ich habe das Projekt 42 gegründet, um Menschen zu vernetzen, um ihnen zu helfen, wenn es ihnen nicht gut geht. Und auch gerade in der jetzigen Situation, um auch Kunden zu gewinnen. Ich mache ganz viel Arbeit da rein und vernetze die Menschen und bringe, bringe und habe da auch die ganz tollen Referenzen, dass es dort vielen, vielen besser geht. Ich bekomme ganz tolle Referenzen hier zu meinem Podcast, dass ich inspirierend bin, dass ich lustig bin, dass ich Mut mache, weiterzuleben. Und all das hat mich eine Sache gelehrt. Es hat mich gelehrt, dass meine Gedanken auch zu meiner Wirklichkeit werden. Und das ist halt ein Problem oder es kann ein Problem sein, wenn ständig negative Erfahrungen ins Leben prasseln. Und es kann ein großes Problem sein, wenn du keine positiven Referenzen bekommst, die du brauchst. Also nicht nur in Form von, du bist ein ganz toller Mensch oder du kannst was, sondern du brauchst ja auch andere Referenzen, wie zum Beispiel, ich will meine Miete zahlen oder noch meine Jeans kaufen oder in den Urlaub gehen. Und, naja, diese Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, die geben mir gerade eben gar keine Referenzen, tatsächlich. Denn seit März 2016 ist mein Business eingebrochen. Und ich habe bis auf warme Worte, beziehungsweise auch Menschen, die mich auf eine andere Art und Weise unterstützen, kein einziges Erfolgserlebnis gehabt bis zum heutigen Tag. Und ich stehe vor einer Entscheidung. Vielleicht wieder mal die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Ich stehe vor der Entscheidung, ob ich diesen Podcast einstelle. Ich stehe vor der Entscheidung, meine Zelte in Hamburg abzubrechen. Das wäre emotional tatsächlich für mich, ja, mehr als ein Versagen. Ich stehe vor der Entscheidung, mein Business einzustellen, weil ich keine Kunden habe. Und ich frage immer Klienten, oder ich habe früher die Klienten gefragt, als ich noch viele hatte, die sich selbstständig machen wollten, bist du bereit, wenn du dich selbstständig machst, dich bei Schietewetter hier in Hamburg auf dem Marktplatz zu stellen, in Badehose, mit dem Schild, ich brauche Kunden. Und genau vor dieser Entscheidung stehe ich jetzt auch. Das heißt, im Moment ist zwar blauer Himmel in Hamburg, aber im Moment stelle ich mich quasi jetzt gerade eben auf den Rathausplatz und sage, ich muss eine Entscheidung treffen und ich brauche dich. Und alles beginnt mit einer Entscheidung in deinem Leben. Als ich damals in der Wanne lag, war die Situation für mich tatsächlich lebensbedrohlich. Und in lebensbedrohlichen Situationen treffen wir Sofortentscheidungen. Wir wägen nicht ab, ob es da eine Garantie gibt für die Entscheidung, ob die richtig ist oder ob die falsch ist, sondern wir packen unser Leben an und suchen Lösungen. Und in der letzten Zeit sind mir viele Menschen begegnet, die diese Entscheidung aufschieben, die immer wieder Argumente finden, immer wieder Ausreden finden, um wichtige Entscheidungen in ihrem Leben nicht zu treffen, sondern einfach abzuwarten. Und ich sage es immer wieder in meinem Podcast und da habe ich zum Feedback gekommen, vielleicht habe ich das bis jetzt immer zu freundlich formuliert oder nicht klar genug. Wir alle haben das Recht, glücklich zu sein. Du hast das Recht, glücklich zu sein. Ich habe das Recht, glücklich zu sein. Denn du hast das Recht zu leben, genauso wie ich. Und wenn in deinem Leben es Situationen gibt, die nicht mehr auszuhalten sind und du trotzdem weitermachst, dann verrätst du deine Seele. Und darüber habe ich auch schon einen Podcast gemacht. Und ich stehe jetzt hier und sage, ich will meine Seele nicht mehr verraten. Das tue ich einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich alle meine Mut zusammengefasst, tatsächlich diesen Podcast jetzt zu machen. Denn das, was ich dir sagen will, ist, habt den Mut, eine Entscheidung zu fassen, bevor es zu spät ist. Ich, ja, für meinen Teil will nicht mehr in der Wanne Probe liegen. Und deswegen sage ich, ich brauche dich. Ich brauche dich als Kunden. Ich brauche dich, dass du mich weiterempfiehlst. Ich brauche dich jetzt und heute, dass ich diese eine Entscheidung nicht treffen muss, zurückzugehen nach Dortmund. Ich brauche dich, damit ich auch meinen Beruf ausüben kann, der mich glücklich macht. Und deswegen rufe ich dich auf, triff eine Entscheidung jetzt und nicht irgendwann. Ganz egal welche Entscheidung, triff sie jetzt und heute. Und wenn du sagst, verdammte Axt, jetzt ist Zeit, dass ich eine Entscheidung treffe, dann melde dich bei mir und lass uns zusammen arbeiten. Hilf mir und hilf dir, dein Leben zu leben. Für heute sage ich, sehr nachdenklich und emotional aufgewühlt. Bis dann, der Jan.